Du brauchst dir aber nichts drauf einzubilden, du bist nicht mein Typ. Aha. Und wer ist dein Typ? Einer, der sieht, was ich wert bin. Der in mein Herz gucken und vergessen kann, dass ich dick und hässlich bin. Nicht so einer wie du. Danke. Sehr freundlich. Natürlich würdest du mir gefallen, aber du bist einer von denen, die erstmal eine tolle Figur brauchen. Dein Typ sind Frauen wie Carmen. Und dann wunderst du dich, wenn sowas passiert. Hör auf, verdammt nochmal. Ja, ich weiß, dass das wehtut und das soll es auch. Ich hasse dich. Sei nicht albern, Pepe, komm. Ich hab dir eine Waffe besorgt. Nichts Besonderes, aber zur Verteidigung reicht's. Du brauchst sie doch nur zur Verteidigung, oder? Nein, ich will eine Bank überfallen. Das ist eine Pistole, Kaliber 22, neun Schuss. Ihre Hand glitt unter den Tisch. Die Waffe berührte mein Bein und ich steckte sie in die Jackentasche. Sie war erstaunlich leicht. Ich hab mich auch nach Gurula erkundigt. Hast du gehört, warum er als Anwalt nicht mehr praktizieren darf? Was ist, weißt du? Vor unzehn Jahren hat er mal ein paar Jungs verteidigt, die auf einer Party unter Drogeneinfluss ein Mädchen vergewaltigt haben. Nur daraufhin hat sich sein Partner von ihm getrennt. Und die Anwaltskammer hat ihn rausgeschmissen. Wovon lebt er? Immobilien. Das heißt, er sei reich. Und man munkelt, dass dieser Reichtum nicht nur aus Immobiliengeschäften stammt. Munkelt man auch woher? Mhm. Drogen. Ein Bekannter hält ihn für die rechte Hand von Liborio. Sonst noch was? So wie mir Gurula beschrieben wurde, war er Carmens Liebhaber. Der mit dem Mustang. Ja, das denke ich auch. Wir verabschiedeten uns mit unserem ersten Kurs. Und ich verließ das, Condessa, die weil Ilda ihren vierten Bloody Mary in Auftrag gab. Einen Schlüssel, bitte. Eine gute Nacht, Senior. Irgendeine Nachricht für mich? Nein, Senior. Keine... Es sah so aus, als wollte er noch etwas sagen. Aber da betraten zwei Pärchen das Hotel und er wandte sich ihnen zu. Ich ging zum Aufzug. Wenn er mir etwas zu sagen hatte, würde er mich auf meinem Zimmer anrufen. Ich knopfte mir das Hemd auf, legte mich aufs Bett. Guten Abend. Was wollen Sie? Tja, eigentlich darf ich reinkommen. Wenn es sein muss. Mir ist da noch was angefallen, was für Sie vielleicht von Wert sein könnte. Dann raus damit. Na ja, die Seniora hat mir gestern einen Umschlag gegeben. Diese ist widerliche Grenzen. Ruhig, Giustozzi. Verstehe, Sie haben heute den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie viel Sie dafür verlangen sollen. Ich lasse die andereION. Ja, ich lasse die nicht.